So! Zurück bei Pokémon Darkness. Wir sind immer noch dabei alle Exits zu finden und machen jetzt mal Clea Ferry Village. Das ist so ein Bonus-Level, glaube ich. Keine Ahnung, ich kenne es nicht. Gut, was haben wir hier? Welcome to Clea Ferry Village. The Observatory and Lookout Point of Mr. Moon. Empty Moon. Ok, jetzt haben wir so ein Dorf. Mit einer Leiter. Auf die Häuser können wir nicht stehen. Na gut. So. Einfach mal höher gehen. Soll schon richtig sein. Ist da was? Nö. Hier links vielleicht? Nein. Da kann ich rein. Oh, ok. WTF? Pipi. Ein Pipi. Bonjour. Warte mal, Leute. Ganz kurz eben leise machen. Ein bisschen. So. Oh, was hast du zu labern? Blablabla. Ja, irgendwas drücken. Ok, und jetzt? Was? Wie geil ist das denn? Die können wir nicht kennen. Du, 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 du. Wieder so.. ... Shoot'em up Style. Die können wir nicht kennen. Geil. So was mag ich halt immer sehr gerne. Solange es abwechslungsreich ist. Jetzt sehe ich keine Abwechslung. Leben? Aber was? Ich wurde getroffen, aber lebensweg. Naja. Ich hoffe, das zählt auch als normales Exit und ist nicht einfach nur so im Level. Das wäre scheiße. Ähm. Okay. Dann halt so. So, jetzt sind wir wieder auf Land. Wir können schnell laufen. Nyaun, nyaun. Das war das Ziel, oder? Ne, es geht weiter. Okay. Okay. Jetzt ist das Scrolling schneller. Ups, das war Fail. Ich sollte mal speichern. Wow, 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 wow ja da kriegt neun leben nämlich das war's da müssen wir jetzt jetzt haben halt dass die bilder jetzt gemacht haben wir das secret gemacht ja haben wir auch oder was waren das noch mal ja haben wir schon gemacht also zurück das hier unten haben wir auch dann fehlt ja nur noch das hier haben wir und das um haben wir sowieso okay dann müssen jetzt zum zu der geheimen welt und leute ich glaube ihr wenn ihr spielen würde würde darauf nie kommen wie man jetzt zum zu der secret welt kommt man denkt sich wo soll man jetzt hingehen man war überall so dann wurde am ende irgendwas von abra gesagt wenn man aber nach aber geht passiert nicht wirklich was aber jetzt hier auf a drückt gibt es dann ein level dann gibt es hier einfach mal ein level ja ist das nicht asozial leute welcher sack kommt da drauf ehrlich you must process all of the stones to gain access to the secret zone ja jetzt können wir endlich zum nächsten welt sag ich mal hier hin dann gibt es hier ein bildung das weiß ich das krieg jetzt nicht teleporter wo führt er hin auch hier das wird zu der secret welt aber ich möchte erst mal hier noch was tut mir leid aber ich kann es mir nicht zurückhalten da wollte ich nicht hin gut gemacht secret welt das hier ist die und das erste level arching skyway oh lol ich kann auch wieder so hoch springen wie wir es ja schon mal gesehen haben was zum ok und auf hey ich kann ja schweben stimmt ok ich kann auch so langsam nach unten gleiten dann ist es ja alles Vielleicht, ja. Nein. Jawohl, nein, nicht ganz. Nein. Jetzt habe ich es so. Jetzt kann ich hier so rüber. Schön. Knapp gemessen. L, V. N. A. R. I. V. Hä? Genau, was das heißt. Hab ich wieder vergessen. L, L. E. Komische. Einabblöcke. So. Sieht aber cool aus hier, finde ich. So. Aber komisch ist das trotzdem. Ein Smiley. Ne, ein Pokoball. Ein Pokoball war das. So, mal weiter. Und hier dürfen wir runter. Oder müssen wir runter, besser gesagt. Und können wir dann unser nächster Level. Magnetic Storm. Das sieht ja mal geil aus. Das ist ein geil 3D-Effekt. Guck mal, Porygon. Nein. Porygon. Alte Sau. Porygon funktioniert also hier so wie die, äh, Kometen. Und das ist wie so ein Laser, äh, Geisterstrahl. Ich finde hinter rund und so. Das sieht richtig cool aus. So 3D-mäßig. Hm. Gibt einen coolen Effekt. Ja, sonst nichts besonderes. Dum, 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 dum. Mal vorspulen. Ihr könnt's ja. Oh. Ein Boss? Ne. Okay, das ist einfach nur so ein Kerl. Oh. Nein, das war jetzt zwar... Das war zu schnell vorgespult. Wurde ich sagen. Nein, das war auch zu schnell. Ja, ich kann nicht warten, Leute. Sorry, ich muss vorspulen. Ich finde sowas richtig nervig, wenn das einfach so lange dauert. Und man einfach nichts machen kann, um zu ausweichen. Okay. Wow. Nein. So. Da kommt jetzt gleich einer. Na komm, du scheiß da. Komm. Schieß. Oder auch nicht. Wow. Bam. Haha, von hinten. Bam. Von hinten. Nein, ich hab ihn nicht gekriegt. Schade. Kann's mal zu Ende sein. So. Das ist ein bisschen zuviel des Gucken. Dam, 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 dam. Stimmt. Ach. Zum Glück. Bam. Und von hinten. Von vorne. Jawohl. Das Ziel. Das Ziel. Äh, okay. So, da können wir schnell das nächste machen. Es heißt, Palette, Down, was auch immer. Oh, Retro-Style. Hä, ist man da tot? Oh, wie cool ist das denn? Das ist Alabastia. Kennt ihr noch Alabastia? Pokémon Rot, Blau und Gelb. Ich kenne heutzutage sagen ja, Äh, Alabastia? Ich kenne nur... Wie heißen die... Wie heißen die Anfangsstadt in der... Neuesten Generation? Keine Ahnung. Auf jeden Fall müssen wir hier links... Hier rechts lang. Aber so war das im Spiel nicht, dass man hier rechts raus kann. Jetzt bin ich mal hier lang. Die Stadt gibt es die, glaube ich, auch nicht. Ich weiß es in Wirklichkeit. Egal. Ist da noch was? Nö. Oh, einer Sprünge. Ähm, erstmal da oben gucken, was da ist. Ich glaube, da ist noch ein Pokémon. Ja. Egal. Lohnt sich. Immer. Äh, was ist da unten? Ich hab jetzt wohl noch mal weiter. Ist da oben noch was gewesen? Ich glaube nicht, oder? Ne, nur Münzen. Okay, gehen wir unten lang. Ist, äh, ein bisschen verwirrend hier, oder? Aber sieht cool aus. Sieht cool aus. Auf jeden Fall. Du, 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 du Oh, komm schon. Oh, finally. Oh, gut. Endlich. So, das nächste Level. Celestial Starcase, was auch immer das heißt. Uiuiuiuiui. Okay. Wtf. Wtf. Oh. Wowowowow. Das überfordert mich leicht. Leicht stark. Nein. Nein. Ah, okay. Ich kann wieder neu anfangen. Ist natürlich hilfreich. Ey, will das denn gehen? Alter, will das denn gehen? Hä? Hä? Ich muss doch nicht hoch. Niemals. Da ist nichts mehr. Alter, what the fuck. Warte mal. Hä? Das gibt's nicht, Alter. Ist da noch was? Nein. Oh, nein. Ich hab's geschafft. Warte mal, mein Daumen. Alter Schwede. Ist das schwer. Okay. Ich hab's geschafft. Warte mal. Warte mal. Warte mal. Warte mal. Warte mal. Warte mal. Oh, meine Fresse. Mein Daumen tut mir sau weh, Alter. Was geht denn ab hier? Ich hab's geschafft. Na, goddammit, ey. Oh, mein Gott. Ich hab's geschafft. Ach du Scheiße. Oh, mein Gott. War da schwer. Alter. Alter, mein Daumen. Meine Hand tut weh. Ich würd sagen, den nächsten Part, äh. Ich mach hier Schluss und wir sehen uns im nächsten Part wieder. Also bis dahin und ciao.